So, also wir sind jetzt auf dem Weg zum Fino, das ist das à la carte Frühstück und ich wollte euch nur zeigen, die Poolanlage ist leer, menschenleer, aber überall sind ja schon Handtücher. Also wir haben halb acht, kurz nach halb acht und da ist wirklich keine Menschenseele, weil die tun ja gerade noch den Pool putzen, ist ja auch noch nicht offen, eben die Zeit, aber die Liegen, so wie ihr sehen könnt, sind schon zum Teil reserviert und ich weiß nicht, es gibt Leute, die schlafen nicht, also die kommen um fünf Uhr schon daher und reservieren sich die Liegen und das finde ich einfach unmöglich. Ja, also man kann in Fino frühstücken mit einem tollen Blick aufs Meer, und wir gehen jetzt hin, das muss man natürlich reservieren, die ganzen à la carte werde ich euch soweit es geht zeigen, erklären und ja, also den muss man reservieren, das Fino und da kann man frühstücken, wir haben für heute am Abend den Golden Dragon reserviert, das ist ein chinesisches à la carte, und schauen wir mal, ich zeige es euch, ja genau, das ist hier das Fino, das Fino ist glaube ich am Abend ein à la carte, orientalisch glaube ich, genau, es verwandelt sich halt am Abend, also da wäre es, wir gehen jetzt rein und ich zeige euch dann auch, und das wäre natürlich der wunderschöne Meerblick, Blick auf das rote Meer, beziehungsweise auf Julgada da hinten, sehen kannst, dass da hinten ist, Polgada, und dann schauen wir mal. So, jetzt haben wir sich hingesetzt, Platz für uns sechs, und das wäre dann der Blick beim Essen. Wir haben uns jetzt ein Schattenplätzchen ausgesucht und herrlich, so zum Frühstücken ist wirklich herrlich, diesen wunderschönen Blick aufs Rote Meer, da hinten, das ist natürlich Hurgada in voller Pracht.